Todbrusch Mafia Präsens Es waren einmal zwei Mate-Gleichungen mit Geschlechtsteilen. Sie trafen sich in einem Hinterhof, um Geschlechtsverkehr zu betreiben. Aus Aufklärungskampagnen des Staates wussten sie den tollen Spruch Saffetüfürst und zogen sich Geschlechtskrankheiten verhütende Dinge an. Allerdings war dieses aus schlechter Hand und ein winziges Teilchen Drang zum Körper des anderen und befruchtete die Zelle im Körper des anderen. Diese Zelle hatte nun die DNA beider Mate-Gleichungen. Nach einigen Monaten wurde der Bauch der einen Mate-Gleichung konfexer und hatte die Gleichung 7 mal Kurze 1 minus 3 Quadrat Dritte. Deshalb beschloss ich die Mate-Gleichung testen zu lassen und als der Schwangerschaftstest positiv verlief, dachte sich die Mate-Gleichung jetzt muss ich mich gesund ernähren und aß viel Obst. Sie traf auch wieder die andere Mate-Gleichung in den Hinterhof und sie sagten Hi. Auf einmal kam ein Bösewicht und tötete beide. Doch es gab ein Licht am Ende des Tunnels. Ihr Kind überlebte und huts auf. Es machte sich auf die Jagd nach Bösewichten. Es wurde Batman, nein Batman. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020